wir sind wo angekommen im december ich versuche für euch jeden tag ein video hochzubringen story time was jetzt kommt papa jimsen mit jimsen zusammen noch paar sachen zu einigen sachen paar challenges ich habe viele sachen geplant und ja was ihr aber wirklich machen müsst glock tag aktiv machen folgt mir auf instagram hier ja mann und abonniert wenn ihr mich abonniert habt auf jeden fall es werden in jimsen sehr viele geschenke kommen also sehr viele neue unterhaltung sachen peace out leute viel spaß beim video schauen das ist die scheiße für eberknall ansagen nehmt es anbelobig . 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 Was hast du gesagt? Sprüff? Was Sprüff? Alles klar, was Sprüff? Marihuana, hm? Ey, Jungs, das ist mein Vater. Kannst du doch nicht bringen hier vor dir. Ey, was laberst du? Ey, hast du gehört, was er gesagt hat? Die so, Bruder, ich schwöre, der wollte eben noch mit uns ein Sprüffen gehen. Stimmt doch gar nicht. Das ist der Schlimmste von uns. Tu mal nicht so einfach deinen Vater auf Heilig. Du mal normal jetzt, Alter. Nein, Alter. Stimmt doch gar nicht. Komm, lass mal raus. Warum du, du, du beide? Ich schrei in meinem Haus. Hast du kein Kopf, oder was? Hä? In meinem Haus nur ich schrei. Nur ich schrei. Ich, ich, ich. Nicht, ich, ich, nicht diese Jungen. Nicht du und du auch nicht. Dein Kopf sieht aus wie eine Dose. Was ist das? Scheiße. So, du und du. Wie ist dein Name? Wie heißt du? DJ. Und du? Jengis. Was, Jengis, DJ? Scheiße, geh aus meinem Haus. Aus meinem Haus. Hallo? Geh aus meinem Haus. Geh aus meinem Haus. Komm ab, direkt ich. Bliff, bliff. Scheiße. Ey, du, du bleib hier. Du bleib hier. Bleib hier. Guck mal, ich habe ein Problem mit dir. Telefon, geh raus. Du bleib hier. Okay? Du, du, du bleib hier. Du bleib hier. Weil ich habe hier noch ein Problem mit dir. Eber-Kleineis-Seigen. Ich habe mich angelochen. Halt! Ey, Bruder, komm mal mit raus. Ey, warte, ich klär das mal ab mit dem alten. Was? Du musst mit dem klären, Alter. Chill doch einfach mal. Komm jetzt mit raus, Alter. Chill doch, ich komme jetzt, Alter. Alles klar, komm. Oder was? Ich bin hier. Ich habe über-Kleineis-Seigen. Scheiße, du bist gekauft. Komm nicht an. Hä? Und dann, mach mit mir hier Stress, Stress, Stress. Komm mal hier sofort. Komm mal hier. Komm, komm, komm. Komm hier. Ja, komm, 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 komm. Ey, diese Junge, diese Cengiz und diese, diese... Wie heißt der? Tyler? DJ. Ja. Diese Junge. Was ist das? Was? Sag mal ein bisschen mit dieser... Und was? Spliff, spliff. Ah. Scheiße. Ja, geh. Du kannst gehen mit deiner Freundin raus. Geh. Scheiße. Scheiße. Was ist das für eine Junge? Papa, chill mal, Alter. Wir chillen doch nur. Ey, warte mal, Bruder. Was ist meine Gabel? Nein, Mann. Wir müssen schon noch da drinnen liegen. Wie? Noch da drinnen? Ja, Bruder. Ja, Bruder Nein, nein, nein. Ich will den Kumpen. Nein, 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 nein. Geh mal holen! Komm du mal weg, hörst du doch, willst du mich umbringen? Willst du mich umbringen? Geh selber holen. Bruder, was war das gerade? Was meinst du, Alter? Du hast das gerade gehört, denn war das bestimmt gewalttätig oder so. Brauchst du, du wirst erst nicht. Keine Ahnung, lass mal gucken gehen. Geh mal alleine, du bist doof, Alter. Denke, jetzt komm mit. Ey, du Otto, Mann, Alter. Schau auf, Alter. Was lachst du? Mach dein Mut zu! Wie heißt dein Name? Cengiz. Cengiz, dein Name? Ich will heute sehen. Komm, ich rönt mich in mein Haus. Hier mit dieser Zigarette. Nooo! Scheiße, gib meine Nase. Scheiße, scheiße, scheiße. Nooo! Mach sofort jetzt. Was ich gesagt, was ich gesagt habe. Geh runter! Eins, zwei, drei, vier, fünf, se- Ah! Geh runter, schneller! Geh runter! Zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, zwölzehn, fünfzehn. Papa, Alter, was machst du mit denen? Ach so! Nein. Cengiz, DJ. Ja, 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 ja. Nein, ich habe dir geholfen, diese Fitness-Fitness machen. Guck mal, das ist Sporttraining. Ja, genau. Deine Freunde? Sehr gut! Sehr gut! Ja, das ist ein kleines Problem. Willst du? Geh raus, oder? Ja, ja, ja. Ja, okay. Kein Problem. Geh. Geh alles. Du, du! Ja, geh! Du kannst auch gehen. Kein Problem. Geh mit deinen Freunden. Geh spielen, geh spielen. Ganz genau, was du hier treibst. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was? Ich werde das alles Mama sagen. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Geh, geh, gehen, geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh! Abba kein esos. Geh, 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 geh. Mach null. Geh! Hintertisch! Geh, geh, geh. Ja, ich schwa kafir mitwen. Das ist ein Problem, kein Problem. Nächste Malung ist es mir auch. Das ist das. Komm, komm, komm hier. Komm, 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 komm. Komm, ey. Ah, das ist ganz chillig, Bruder. Das ist so eine Kamera, Bruder. Keiner guckt. Ey, Bruder, ich schwöre, ich hab kein Ding. Warte. Und... ...bei... Warte, 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 warte. Und Action. Ey, Bruder, ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr hier zu chillen, Alter. Lass mal lieber raus und sagen, komm, Mann. Du bist der Schlimmste von uns. Ich schwöre, Mann, Alter. Nochmal, du. Lass mal lieber rausgehen jetzt, Alter. Hör mal auf mit dem Scheiß jetzt. Das stimmt doch gar nicht. Ey, nee, Mann. Warte, 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 warte. Was hast du gesagt? Spreef? Was ist Spreef? Arz Kalon, komm, was ist Spreef? Marjohane, hä? Meine, du mag nicht dieses Scheiße. Meine, du mag nicht. Warte, 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 warte. Chacun le Bock mit dir, du ticket. Ok? Scheiße. Warte, die cigarette. Alles klar, warte, warte. Next mal, wenn ich hab Probleme. Na, Probleme, lass ich dir. Ok, dann warte, warte. Ey. Okay. Bye. Bye. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach die Kommentare. Viel mehr. Und, ähm, hattet ihr auch schon mal so eine Situation mit Eltern? Wo eure Freunde, eure Freunde, eure Freunde, eure Freunde nicht mögen, wo, wo eure, wo eure Eltern, eure Freunde nicht mochten, weil, wenn das wirklich, äh, wenn ihr mal so was hattet, Schreibt es rein und schreibt mal, schildert mal eure Situation ein. So, auf jeden Fall, ich bin fertig, Leute. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Peace out.